Vollbild und dann geht die Sache auch mal direkt los. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Meine Damen und Herren, heute machen wir etwas komisches und zwar reagieren wir auf mein erstes Video. Ich möchte mal herausfinden, was sich so ein bisschen jetzt geändert hat. Ich meine, das Video ist jetzt über zwei Monate alt. Und da hat sie schon noch ein bisschen was getan, wie ich finde. Aber wir gucken einfach mal rein, wir machen hier schön ein Vollbild und dann geht die Sache auch mal direkt los. Also, ich bin schon irgendwie froh, dass ich dieses Intro nicht mehr benutze. Also, ich weiß auch nicht, wie mir das gefallen konnte. Weil, ich meine, ich bin noch nie der Fan von solchen 3D-Intros gewesen. Und es hat ja trotzdem irgendwie für ein paar Videos gereicht. Hier oben ist auch direkt erstmal eine Abstimmung. Wie findet ihr das Intro? Ja, machen wir weiter. Was hast du gerade gesagt? Machen wir mal kurz meinen Ton ein bisschen lauter. Ich hoffe mal, dass es haut jetzt nicht. Das Lustige ist, ich weiß natürlich noch ein bisschen, was ich da gesagt habe. Aber so andere, die sich das jetzt angucken würden, denken sich bestimmt, was labert der da eigentlich für ein Scheiß? Man versteht kein Wort. Das ist aber auch halt wirklich so, ne? Boah, dieses Rausch. Dieses Rausch. Oh, ich bin so froh, dass das weg ist. Ich bin wirklich so froh. Ja, man versteht wirklich kein Wort. Ich weiß ja zwar, was ich da gesagt habe. Und zwar, wir haben schon mal echt guten Kram. Das habe ich da gesagt. Aber, so mal ganz ehrlich, ich würde das nicht verstehen. So. Das Einzige, was man versteht, ist noch Kram. Ein bisschen. Und die Musik ist viel zu laut. Okay, erst mal Schwarzbilder, alles klar. Okay, da kommt ein Gegner, meine Damen und Herren. Jetzt wird es ganz spannend. Spannende Musik, bitte. Und wir haben ihn runtergekickt. Wahnsinn, Alter, dafür einmal bitte einen Applaus. Also bitte Wahnsinn. Toll, dass ich das nicht. Und übrigens. Dieses. Das hier. Warte. Das da. Das ist immer das, wenn ich meine Maus auf meinen Tisch haue. Das mache ich nämlich irgendwie immer. Weil ich hebe die Maus immer an und dreh sie dann. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnen. Also es ist ganz ehrlich. Also keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Genau. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt überhaupt noch hören würde. Egal. Wow. 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 Dass ich das auch nicht rausschneide, ne? Also dass ich mich da rüber baue. Das ist. Gut, ich meine, ich mache das jetzt auch nicht wirklich. Aber ich meine, das ist. Oh Gott, da ist einer. Wieder spannende Musik. Es ist so spannend. Man versteht kein Wort. Ganz kurz weg. Kurz Goldapfel essen. Es bleibt weiterhin spannend. Jetzt sind da unten sogar zwei Leute. Okay. Und den haben wir. Dem geben wir gerade eine ganz gute Kombo. Jetzt ist das Rauschen ein bisschen leiser. Aber, ja gut. Gleich wird es wieder lauter, glaube ich. Oder? Ja, erst mal kurz Helm wechseln, ne? Ist ja nicht so, dass gerade irgendeiner hinter dir herrennt. Ne, erst mal kurz Helm wechseln. Ich habe kein Wort verstanden. Also, ich meine, ich weiß selber nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich habe kein Wort verstanden. Jetzt bin, glaube ich, zu weit, ne? Und der Typ ist auch noch nicht gestorben. Ah, der Typ ist nicht gestorben, der andere. Das habe ich da gesagt. Ich verstehe wieder kein Wort. Vor allem, was ich so krass finde. Wie können sich das denn 92 Leute angeguckt haben? Und wie können da elf... So haben es das selbst gelockt. Wie können da... Mal trotzdem. Wie kann es denn sein, dass das 92 Aufruf war und dass sich das... Elf Leute haben da einen Daumen hoch gegeben. Wie? Weil, ich meine... Jetzt müssen wir ihn runterhauen. Machen wir aber nicht. Wieder spannende Musik, bitte. Bloß nicht da rein, habe ich gesagt. Jetzt die Musik aus. Jetzt ist es noch schlimmer. Bauen wir da eine tolle Mauer. Die will uns vor allem retten. Mein Freund, ja. Oh, Musik geht wieder an. Alter. Wie? Alter, wir haben ihn rübergehauen. Wahnsinn. Also, das war wirklich so... Klasse. Also, das kann man... Da hatte ich auch keinen Sound. Das habe ich ja wie gesagt auch am Anfang gesagt, wenn man das überhaupt verstanden hat. Aber ich hatte da keinen Sound. Und deswegen habe ich... Ich spiele immer mit Sound. Und das habe ich die ganze Zeit so Angst gemacht, dass ich keinen Sound hatte. Das weiß ich jetzt immer noch. Ich verstehe kein Wort. Da hinten ist einer. Dann gehen wir jetzt zu dem hin. Ich mache die Musik auf einmal viel lauter, weil ich nicht rüberbaue. Ich finde es auch toll, wie wir die ganze Zeit so 38 FPS haben. Das ist schon Wahnsinn. Oh, das weiß ich aber auch immer noch. Das war so ätzend immer aufzunehmen, weil es immer so gelegt hat. Das war... Oh, ich weiß es noch. Das war so schlimm. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe ihn nicht verstanden. Okay. Da unten ist er. Meine Damen und Herren. Wir kicken ihn da jetzt runter. Einschicken heißt er. Einschicken, meine Damen und Herren. und wir werden dich in den Tod einschicken. Oh nein! Oh nein! Okay. Okay. Zwei Kills. Zwei Spieler leben noch. Irgendwo anders muss noch einer sein. Was machen wir jetzt genau? Okay. Ja, jetzt möchte ich meinen Schwer tauschen. Bringt aber recht wenig. Okay. Jetzt kommt der Aufbau der Musik, meine Damen und Herren. Es wird richtig spannend. Wir machen uns eine Eisenspitzhacke. Da war auch mein Minecraft auf Englisch. Ich habe mein Minecraft nie auf Englisch. Und ich habe da auch mit dem Default-Texture-Pick gespielt. Da wusste ich auch noch nicht, wie ich diese Übergänge machen habe. Deswegen habe ich überall immer ein Schwarzbildchen gemacht. Weil ich nicht wusste, wie man diese Übergänge macht. Vor allem bei dem einen Mal habe ich es ja aus Versehen irgendwie hinbekommen. Das war halt irgendwie ganz am Anfang. Da habe ich das ja einmal aus Versehen hinbekommen, Übergang zu machen. Aber ich wollte das nicht mal. Achso, wir brauchen jetzt natürlich wieder spannende Musik. Ich finde es aber toll, dass ich das so gemacht habe, dass der coole Teil von der Musik beim Kampf ist. Das finde ich, also das habe ich wirklich super gemacht. Das ist halt so unspektakulär, ne? Ich meine, dass ich da wenigstens, was weiß ich, irgendwie was mache. Das ist... Oh, ich meine, diese Maus auf den Schreibtisch gehauen, ne? Oh, das kann aller-schönen. Also, ich meine, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Sag mal. Oh, das ist im Titel Minecraft Sky Wars 001. Nicht 01, das hätte ja nicht gereicht, sondern 001. Soll es für die 100 Parts davon machen, oder was? Ich verstehe immer noch kein Wort. Also, man hört wirklich im Hintergrund nur dieses Ja. Fun Fact. Da hatte ich noch kein richtiges Mikrofon, habe deshalb immer mit meinem Headset aufgenommen. Ich meine, ich habe das davor halt auch nicht getestet, ob man da überhaupt irgendwas hört, ne? Also, ich habe schon Testaufnahmen gemacht, aber ich habe irgendwie nicht getestet, ob man mich da hört. Das weiß ich nicht. Spannend. Das machen wir erstmal mit dem TNT Action. Und baut er sich ein. Und jetzt kicken wir ihn runter. Wahnsinn. Haben wir auch gewonnen? Haben wir auch gewonnen? Das habe ich da gesagt, das habe ich gerade verstanden. GG auf jeden Fall. GG auf jeden Fall. War eine nette Runde. War eine nette Runde. Und, äh, so, dann sehen wir auch. Da habe ich auch, also, als ich hier, man merkt hier, man merkt überhaupt nicht, dass ich hier was rausgekattet habe. Und, äh, so, dann sehen wir auch. Man merkt auch, also, man merkt da wirklich überhaupt nicht, dass ich da was rausgekattet habe. Ich glaube, ich habe da irgendwie, ich weiß auch nicht mal mehr, was ich da gesagt habe. Aber ich habe da, glaube ich, irgendwas Privates gesagt. Oder weiß ich nicht mehr. Ja, auch das mit dem Aufnahmeausmachen, warum cutten wir das auch nicht raus? Braucht doch kein Mensch. Oh, die Endcard. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alleine auch zufälliges Video. Das ist nicht mal von mir. Das ist von Lewin. Naja, dann kann man da meinen Kanal abonnieren. Das könntet ihr auch jetzt gerne mal machen. Äh, die Endcard, ne? Naja, das war schön einfach. Strich in der Mitte. Zweimal die Seiten einfärben. Zwei Schriften. Zweimal eine Schrift da hinmachen. Fertig. So einfach kann man sich eine Endcard basteln. Leute, wenn ihr dazu ein Tutorial haben wollt. Passiert nicht mehr wirklich was, ne? Nein. Jetzt kommt nur Endcard und dann Schwarzbild. Genau, Schwarzbild. Gut, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Bock irgendwie auf mehr Reactions oder sowas habt, äh, schreibt mal das gerne mal in die Kommentare. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao!